Als Rüstungsdynamik bezeichnet man den sich zwischen zwei politischen Akteuren in der Regel Staaten entfaltenden Prozess, der zum Erhalt oder Erwerb von militärischen Instrumenten zur organisierten Gewaltausübung führt. Ziel von Staaten ist es, durch militärische Rüstung die eigene Sicherheit im internationalen System zu gewährleisten. Mit Blick auf Rüstungsdynamik ist umgangssprachlich häufig von unkontrollierter Aufrüstung, Wettrüsten oder gar einem Rüstungswettlauf die Rede. Das präzisere politikwissenschaftliche Konzept der Rüstungsdynamik nimmt demgegenüber zur Kenntnis, dass der rüstungsdynamische Prozess, etwa wenn Rüstungskontrolle stattfindet, reguliert werden und sogar teilweise Abrüstung beinhalten kann. Vor allem fragt die wissenschaftliche Analyse rüstungsdynamischer Prozess nach den Ursachen für Rüstung. Entstehung und Verlauf von Rüstungsdynamiken werden dabei unter Hinzuziehung verschiedener Theorien der internationalen Beziehungen analysiert, um die Komplexität und Spannweite der rüstungsdynamischen Prozesse handhabbar zu machen und ausschlaggebende Faktorenbündel zu isolieren. Theorien der Rüstungsdynamik Rüstungsdynamik ist nicht zu verwechseln mit Rüstungswahnsinn, da dieser Begriff den Akteuren irrationales Handeln unterstellt. Daher sind Theorien in diesem Kontext bestrebt, sogar vermeintlich abwegiges Handeln im Rüstungsprozess auf seine Ursachen zu untersuchen, um dieses nachvollziehen zu können und sinnvoll zu erklären. Ein treffendes Beispiel hierfür ist das Wettrüsten zwischen den USA und der Sowjetunion während des Ost-West-Konfliktes. Die unverhältnismäßige Anhäufung von Nuklearwaffen mit dem Potenzial den Gegner und die Welt mehrfach zu zerstören, wirkt irrational, ist aber unter Annahme von Anarchie und der ständigen Angst vor dem Gegenüber eine logische Konsequenz. Die politische Lösung, der sich aus solchen Rüstungsprozessen ergebenden Probleme, ist Aufgabe der Rüstungskontrolle. Im Wesentlichen lassen sich zur Erklärung von Rüstungsdynamik zwei theoretische Strömungen unterscheiden. Diese sind nach Harald Müller und Niklas Schörnig die Theorie der Außenleitung und der Innenleitung. Diese Trennung kann zurückgeführt werden auf die unterschiedlichen theoretischen Analyseebenen sowie unterschiedliche Auffassungen über die Beziehung zwischen Struktur und Akteur, wie sie in den Großtheorien der IB vorherrschen. Nach den Theorien der Außenleitung erfolgt jegliche Beeinflussung der Akteure durch die vorgegebene Struktur, also von außen. Die Analyseebene ist hier das internationale System und im Fokus steht das wechselseitige Verhältnis von Staaten im Seppigen. Mit Blick auf deren konkrete Außenpolitik bleiben Vorgänge in ihrem Innern ausgeklammert, mit anderen Worten. Die Staaten werden als Blackbox behandelt. Die Theorien der Innenleitung heben dem Gegenüber auf den maßgeblichen Einfluss der Innenseite der Außenpolitik ab. Einfluss auf die Interessenbildung der staatlichen Akteure geltend machen nach dieser Perspektive etwa der militärisch-industrielle Komplex durch Lobbyismus, die herrschende gesellschaftliche Meinung, die Medien sowie innerstaatliche Organisationen und Institutionen. Theorien der internationalen Beziehungen in Bezug auf das Phänomen der Rüstungswettläufe Perspektive des klassischen Realismus Nach dieser Theorie des klassischen Realismus wird der politische Wettbewerb auf den genetischen Ursprung vom Trieb zur Macht zurückgeführt. Staaten streben im internationalen System nach Dominanz, dabei sind Waffen die wichtigsten Instrumente und die Kosten sind irrelevant. Neorealistische Sichtweise Der Neorealismus zielt bezüglich Rüstungsdynamik ausschließlich auf systemische und wettbewerbliche Aspekte ab. Somit geht es für jeden Staat um das Überleben im eigenen Umfeld, in dem es keine überlegene Frieden- und Recht garantierende Autorität gibt. Diese These geht also auch von der Annahme der Anarchie im internationalen System aus. Dabei entsteht ein dynamisches Kräftegleichgewicht der Akteure durch Rüstungswettläufe. Da folgende Faktoren eine Sensitivität gegenüber Bedrohungen hervorheben. Unsicherheit über die Intention des Gegners, fehlende Transparenz gegenüber materiellen Faktoren. Mangelnde Messbarkeit des Gleichgewichts sowie geostrategische Faktoren. Perspektive des technischer Imperativ Auch diese Theorie setzt die internationale Anarchie voraus, jedoch gibt es keinen Zwang zur Dynamik. Es wird lediglich eine minimale Verteidigungsbereitschaft vorausgesetzt. Eine Dynamik folgt aus dem Drang zur Nutzung moderner und innovativer Technologien. Der Rüstungssektor ist ebenso betroffen bzw. Das Bestreben, Neuerungen auch militärisch nutzbar zu machen. Es wird mit Blick auf die Zukunft gerüstet. Dieses Schema basiert darauf, dass die Handlungen der verschiedenen Akteure jeweils von der Gegenseite genaue Ständes analysiert werden und auch nur darauf reagiert wird. Aufgrund dieses Verhaltens bildet sich ein ständiger Kreislauf von Aktion und Reaktion. Bei diesem Schema liegt das zentrale Augenmerk auf der Verteidigungspolitik der einzelnen Länder. Im Aktionsreaktionsmodell gesprochen, bedeutet jede rüstungspolitische Entscheidung eines Landes eine sofortige rüstungspolitische Reaktion des Gegners. Dieses ständige Agieren und Reagieren basiert einzig auf dem Fakt, dem Gegner nie das Gefühl der Überlegenheit zu vermitteln. Als Voraussetzung ist ein gewisser Grundkonflikt zu nennen, ohne den es diese spezielle Reaktion auf genau diesen einen Gegner gar nicht geben würde. Gefangenen-Dilemma bzw. Sicherheits-Dilemma Diese darzustellende Theorie geht von der Annahme einer Gefangenenbefragung aus, die wie folgt kurz darzustellen ist. Zwei eines Überfalls Verdächtige werden verhört. Die Tat ist eigentlich nicht nachweisbar, deswegen unterbreitet der Staatsanwalt folgendes Angebot. Beide leugnen die Tat. Jeweils ein Jahr Haft wegen unerlaubten Waffenbesitzes. Beide gestehen mildernde Umstände, jeweils fünf Jahre Haft. Einer leugnet, einer gesteht. Kronzeuge frei anderer zehn Jahre Haft. Es macht bei dieser Befragung keinen Unterschied, ob sich die beiden Gefangenen absprechen oder nicht. Bei der Befragung ohne Absprachen ist die sogenannte dominante oder rationale Strategie, dass beide gestehen, da jeder die Hoffnung hat, den anderen verraten zu können, um selbst frei zu kommen. Bei der Befragung mit Absprachen der Befragten wird der Anreiz nur noch größer, den anderen zu verraten, da die Hoffnung besteht, selbst frei zu kommen, da der andere mit Sicherheit dicht hält. Nun die Ummünzung auf die Rüstungsdynamik. Im Sicherheitsdilemma befinden sich analog zum Gefangenen-Dilemma Staaten im internationalen System der Anarchie, welches ebenfalls keine übergeordnete Institution kennt, die die Durchsetzung internationaler Gesetze und Vereinbarungen erzwingen könnte. Kein Staat kann sich demnach auf Abmachungen mit anderen Staaten verlassen und muss immer davon ausgehen, dass diese gebrochen werden. Um nicht Gefahr zu laufen, die eigene Machtposition zu verlieren und sich von Staaten angreifbar zu machen, wird Rüstung zu dominanten Strategie. Das Assurance-Game basiert auf der strategischen Situation, dass Akteure überwiegend von wechselseitiger Kooperation profitieren. Die Theorie geht dabei vornehmlich auf Shinjakrose aus Schilderung der Hirschjagd zurück. Zwei Jäger haben die Möglichkeit entweder gemeinsam auf die Jagd nach einem Hirsch zu gehen oder individuell bei sich bietender Gelegenheit einen Hasen zu jagen. Bei letzterem wäre die Aussicht auf den Hirschen allerdings dahin. Daraus ergeben sich folgende Handlungsmöglichkeiten. Beide Jäger machen gemeinsam Jagd auf den Hirschen und teilen sich die Beute. Ein Jäger defektiert und sichert sich einen Hasen, während der andere Jäger noch kooperiert und den Hirsch erlegt. Da nur der Hirsch geteilt wird, erhält der erste Jäger einen relativen Vorteil gegenüber dem zweiten. Beide Jäger versuchen nicht ernsthaft den Hirschen zu jagen und versuchen stattdessen einen Hasen zu erlegen. In diesem Fall gehen beide mit der kleineren Beute nach Hause und erhalten das Ergebnis. Punkt. Es wird deutlich, dass sich für eine erfolgreiche Hirschjagd die Jäger die gegenseitige Kooperation zu sichern können müssen, daher die Bezeichnung des Versicherungsspiel. Bei der Anwendung auf die Rüstungskontrolle wird von zwei Staaten ausgegangen, die sich in einer Kooperation über Rüstungskontrolle befinden. Hier anhand einer Tabelle vereinfacht dargestellt, auch hier lassen sich zwei Gleichgewichte aufzeigen. Zum einen, wenn beide defektieren und aufrüsten, zum anderen, wenn beide kooperieren und die Rüstung beschränken. Die Voraussetzung für die letzte Handlungsmöglichkeit ist, dass beide Kooperationen den größeren Nutzen aus der Rüstungsbeschränkung ziehen und sich diese Kooperation zu sichern. Da eine funktionierende Rüstungskontrolle zur Lösung des Sicherheitsdilemmas beiträgt, könnte man das Assurance-Game als die Idealform der Transformation des Gefangenen-Dilemmas bezeichnen. Wächst jedoch das Interesse an relativen Vorteilen oder es tritt eine zunehmende Feindseligkeit zwischen den Akteuren auf, kann es zu einem Rückfall in das Gefangenen-Dilemma kommen. Als eine weitere Störvariable lässt sich das sogenannte Virus des Misstrauens bezeichnen, welches aus dem Wissen um die Versuchung und die Gelegenheit der Gegenseite einen relativen Statusvorteil zu erlangen, rührt und so das Assurance-Game infiziert. Chicken Game Das sogenannte Chicken Game ist in Deutschland auch unter dem Namen Angsthasen- oder Feiglingsspiel bekannt. Dieses aus den USA stammende Spiel von Jugendlichen und jungen Erwachsenen bildet die Grundlage für eine der Theorien zur Rüstungsdynamik. Die Grundüberlegung bei diesem Spiel ist die, dass zwei Autos aufeinander zu fahren oder in Richtung einer Klippe und der, der als erster bremst oder ausweicht, der Angsthase oder eben das Chicken ist. Der gleiche Sachverhalt lässt sich auch sehr anschaulich auf die Rüstungsdynamik projizieren. Im Gegensatz zu den zwei vorangegangenen Theorien steht hier nicht die Überlegenheit des anderen als Worst Case an oberster Stelle, sondern der Atomkrieg an sich. Der beste Fall bei Wettrüsten zweier Staaten wäre das gleichzeitige Aufgeben der Rüstung und damit die Wahrung beider Gesichter. Da sich die Staaten im internationalen System aber nie auf den anderen Staat verlassen können, ist das beiderseitige Aufgeben der Rüstung nicht die dominante Strategie und wird damit auch nicht durchgeführt. Vielmehr wird es dazu kommen, dass keiner der beiden Staaten aufhört, da einseitiges Beenden der Rüstung als Niederlage angesehen werden würde. Mit jeder Runde steigt die Nervosität und die Gefahr eines Atomkrieges wird immer größer. Ziel ist es also, diese Konfrontationsspirale nicht ausufern zu lassen. Richard Sons formulierte bereits 1960 eine einfache mathematische Formel, in der er versuchte das Problem der Rüstungsdynamik darzustellen. Das Grundproblem dabei ist, dass nicht klar ist, woher überhaupt die Dynamik kommt. Ein Rüstungswettlauf ist theoretisch damit beendet, dass eine rüstungspolitische Entscheidung durch einen Staat getroffen wird und ein zweiter Staat kontert, so dass das Gleichgewicht wiederhergestellt ist. Richard Sons Modell berücksichtigt die Punkte Bedrohungslage, Kosten der eigenen Aufrüstung sowie bestehende Feindschaften als die zentralen Punkte. Als weitere Einflussfaktoren nennt Richardson das Rüstungsniveau, die Wahrnehmung der Rüstung für andere und den Grad der gegenseitigen Beziehungen. Die Formeln sollen eine Vorschau über den zeitlichen Ablauf ermöglichen und möglichst die Form des Rüstungswettlaufs. Die Gefährlichkeit sowie die Frage der Rüstungsintensität in Bezug auf Kostenintensität im Voraus bestimmen können. Die Theorien der Inleitung befassen sich mit den innerstaatlichen Faktoren und Bedingungen rüstungspolitischer Entscheidungen. Sicherheitspolitische Fragen, welche sich aus Techniken, geografischen Gegebenheiten und zwischenstaatlichen Konstellationen ergeben, bieten demnach mehrere Möglichkeiten des Handelns in Bezug auf Herausforderungen der Sicherheit der jeweiligen Staaten. Deshalb reagieren Staaten unterschiedlich und es gibt verschiedene Erklärungsversuche mit folgenden Theorien. Militärisch-industrieller Komplex Die Theorie vom militärisch-industriellen Komplex handelt von mächtigen, konzentrierten und durchsetzungsfähigen Rüstungsakteuren sowie den entsprechenden innergesellschaftlichen Kräfteverhältnissen. Dieser Komplex wird geprägt durch Rüstungsunternehmen auf Rüstung fokussierte Forschungseinrichtungen, entsprechende Abteilungen des Verteidigungsministeriums und auch im weiteren Sinne betroffene Einzelpersonen wie Politiker mit dominanten Rüstungsinteressenvertretern im eigenen Wahlkreis. Schranken bei der rüstungspolitischen Interessendurchsetzung gibt es dabei nur durch das Erreichen oder Überschreiten der Schmerzgrenze der gesellschaftlichen Ressourcen. Die Rüstung wird durch innergesellschaftliche Interessenformationen vorangetrieben. Die Gefahr besteht dabei in dem zunehmenden politischen Einfluss von großen Waffenproduzenten auf staatliche Rüstungsentscheidungen. Der Ursprung der spezifischen Ausprägungen der Rüstungsdynamik liegt in dieser Gruppe von Theorien bei den Eigenschaften der unterschiedlichen politisch-gesellschaftlichen Systeme. So haben Demokratien eine deutlich erhöhte Friedensneigung, da sämtliche rüstungsbezogene Ausgaben auf das unbedingt notwendige Mittel zur Defensive beschränkt werden, da Überrüstung als Verschwendung des gesellschaftlichen Reichtums angesehen wird. Autokratien hingegen bringen mehr für ihre Rüstung auf. Autokratien haben auch eine erhöhte Neigung Kriege zu beginnen, da Kriegsniederlagen weniger Machtverlust als bei Demokratien bedeutet. Rüstungsdynamik ist durch aggressive Neigungen mit überlegenen Angriffsoptionen von Nichtdemokratien gegenüber dem Verteidigungsdispositiv der Demokratien geprägt. Der Kapitalismus ist zur ständigen Ausdehnung bestrebt, was ihn auch zur militärischen Expansion durch Kriege treibt. Im Zusammenhang mit diesen Themenkomplex ist auch das Dual-USA-Dilemma zu erwähnen, welches auf den Studien von Matu Fuhrmann und Matu Krönig basiert. Dieses besteht darin, dass Atomtechnologie sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden kann und diese Tatsache von den Staaten. Die atomare Technologien und Materialien verbreiten offenbar unbewusst oder bewusst ignoriert zu werden scheint. Ein besonderer Fokus wurde auch auf das vermeintlich verantwortungsvolle Handeln von demokratischen Staaten in Bezug auf die Proliferation von Atomtechnologie und atomaren Materialien gelegt. Fuhrmann und Krönig gründen ihre Analysen auf der These, dass nahezu jeglicher Export von ziviler Atomtechnologie und zivilen Atommaterialien die Entwicklung militärischer Atomprogramme fördert, wobei die Staaten primär von strategisch-politischen Interessen und nachrangig von wirtschaftlichen Interessen geleitet werden. Zudem stellen Fuhrmann und Krönig in ihren Analysen fest, dass bei der Proliferation von Atomtechnologie und atomaren Materialien kein Unterschied zwischen autokratischen und demokratischen Staaten gemacht wird. Die von Fuhrmann und Krönig aufgestellten Analysen wurden als die ersten in diesem Gebiet der Forschung seither heftig diskutiert und kritisiert, besonders im Hinblick auf die verwendeten Daten. Dabei konnte widerlegt werden, dass Staaten sich in erster Linie von kurzfristig strategisch-politischen Interessen leiten lassen, da ebenso häufig auch wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen. Als Beispiel hierfür sind die Nuklearabkommen zwischen Frankreich und den Staaten der Mittelmeerregion zu nennen. Des Weiteren wird die Betrachtungsweise der beiden Wissenschaftler kritisiert. So weisen die Ergebnisse der Studien über das Dual-USA-Dilemma eher darauf hin, dass Staaten, die nach Kernwaffen streben, zivile nukleare Kooperationsabkommen forcieren, um die Entwicklungskosten eines militärischen Atomprogramms zu senken und nicht, dass zivile Nuklearkooperationen Staaten erst dazu verleiten, ein militärisches Atomprogramm zu initiieren. Im Hinblick auf das Verantwortungsbewusstsein von demokratischen Staaten auf die Proliferation agieren diese, im Gegensatz zu autokratischen Staaten, transparenter. Es wurde jedoch bestätigt, dass auch demokratische Staaten sich von kurzfristig strategisch-politischen und wirtschaftlichen Interessen leiten lassen. Hier sind ein umsichtigeres Handeln der demokratischen Staaten sowie eine umfassende Überwachung der Güter seitens der internationalen Atomenergieorganisation im importierten Land von größter Wichtigkeit. Diese Theorien beziehen sich auf die Wirkung von kulturellen und ideologischen Variablen, welche unterschiedliche Rüstungsverhalten und nationale Militärdoktrinen charakterisieren. Diese Doktrinen beschreiben auf unterschiedlichen Ebenen die Ausprägungen der Streitkräfte eines Staates. Eine nationale Militärdoktrin umfasst sechs verschiedene Ebenen der Kriegsführung. Die technische Ebene, die taktische Ebene, der Kriegsschauplatz, die strategische Ebene und die Ebene der Großstrategie. Die Ausprägungen der einzelnen Aspekte der Doktrin werden durch Verteidigung oder Offensive und Abnutzungs- oder Bewegungsstrategie entschieden. Weiterhin beschreiben objektive Faktoren, subjektive Faktoren und organisatorische Faktoren die Doktrin genauer. Die Doktrinwahl nimmt somit auch einen erheblichen Einfluss auf die Rüstungsinvestitionen und folglich auch auf die Rüstungsdynamik.